Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind schon wieder auf der Möselalp, aber im Moment ist das Wetter einfach recht so wachsen und wird immer nur so kurzfristig gut, deswegen der Hausberg. Ja, packen wir es an. Dann ein Double, wir hängen noch etwas dazu. Jetzt ist mir ein Gefühlsecht, ich habe meine Hand schon unten lassen, weil es wirklich so warm ist. Irgendwie habe ich es wirklich vergessen. Peter hat noch solche Hände mit über dir, weil ich schimpfe. Jetzt ziehe ich es aber nicht an. Nein, jetzt ziehe ich es nicht an. Ja, das wäre schon. Wir machen noch einen kurzen Ausblicksschwenk und dann gehen wir direkt auf den Tray. Ihr seht, der Schnee ist schon wieder ziemlich weg. Und hier wird schon wieder fleißig um Adum gesprungen. Nachdem ist die Bräder. Ich bin jetzt auf den Bräder. Ich bin jetzt auf den Bräder. Nao! Oh, war es so hart, da. Na, was hat man gesagt? Deswegen dachte ich mir, dass du mich nicht mehr mit ihm verlautest. Oh, 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 look it up me Er hat sich jetzt weggepint oder? Ja, cool! Ist ein Außer! Ja, ein Pfeil! Ja, ein Pfeil! Ja, ein Pfeil! Wird doch mega heute, oder? Gefallen! Hätte ein Axt mit Lina gefahren sind vor zwei Tagen so viel Schnee, voll der Scheiß, gell? Ja, ich glaub's Legen wir los, oder? Ja Hier Ich sah wie wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute ist Sonntag Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020